Hallo, ich bin Herr Ingbert und das ist die Frau Rönke vom AFA. Unser Anliegen war es, dass die Abbauwirtschaft in Innenstädten Mülltonnen hat, wo man das Müll trennen kann. Und da war es rausgekommen, dass der Herr Tom Heue eine Anfrage an das Amt für Abbauwirtschaft nach Erfahrungswerte von anderen Städten, die ich zum Beispiel hingekriegt habe, den Müll zu trennen. Und der tut jetzt auch, er bringt es auch beim, bringt das im Hauptsichtsrat des Amtsabbauwirtschaft ein. Genau, und der Herr William, der kann es erst in zwei Wochen Hilfe machen, währenddessen wirklich schon Kontakt zu unserem Amtsleiter, dem Herrn Backhaus. Und mit dem werde ich das Ganze nochmal besprechen und uns obliegt dann die Aufgabe, die Abfragen bei anderen Kommunen zu machen, ob die solche Behälter schon im öffentlichen Raum arbeiten und was die für Erfahrungen gemacht haben.